Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, Steffi oder auch Devilly Crochet. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie immer, egal ob ihr wieder eingeschaltet habt oder neu zu mir gefunden habt. Ihr seid auf meinem Handarbeitspodcast Threadle Things gelandet. Hier geht es ums Häkeln, Stricken, Spinnen, Nähen und all die süßen Dinge drumherum. Heute habe ich den kleinen Kurmoderator rechts neben mir. Der ist nämlich eigentlich hundemüde, weigert sich aber schon seit einer Stunde zu schlafen. Ja, jetzt probieren wir mal, wie weit wir kommen. Und ja, ich hoffe, ich denke daran, wenn ich hier das Video umschalten muss, falls das so lange wird, das Mikro einmal aus- und wieder einzustöpseln. Denn nach dem letzten Video habe ich Rückmeldungen bekommen, dass scheinbar nach der Pause, wenn ich das Video anhalte und ein neues starte, das Mikro nicht mehr aufnimmt. Das ist natürlich doof. Ja, dann fangen wir mal an mit fertigen Sachen. Und fertig habe ich eins, und zwar den Pullover für meinen großen Sohn, für den Vierjährigen. Da sieht man auch die unterschiedlichen Farben. Grau, hellblau, dunkelblau, dunkles Grün. Doch gesehen, das letzte Mal war ich da. Dann kam der Rest des Körpers dran und die Arme. Der Körper war eigentlich so lang, das habe ich dann wieder aufgeribbelt, weil als mein Großer den dann anprobiert hat, war es eher ein Kleid. Das ist halt die Größe vier bis sechs Jahre, und das war dann eher sechs Jahre als vier. Die Arme sind auch ein bisschen zu lang, obwohl ich sie schon gekürzt habe, aber das ist nicht so schlimm. Die werden umgeschlagen und umgekrempelt, und dann geht das. Von innen sieht das so aus. Ich verwebe den Faden alle drei Maschen. Manchmal lasse ich ihn auch vier Maschen lang stehen, wenn dann eh die andere Farbe kommt. Und das Strickmuster ist der Mountain Mist von Tinker Knits. Ja. Ist eine Kaufanleitung. Und gestrickt habe ich das aus vier Farben von der Julia Wolle vom Zemann. Sind 170 Meter auf 100 Gramm, 80 Polyacryl und 20 Wolle. Fässt sich schön weich an. Mein Großer mag das Gefühl auch auf der Haut. Und, ja, Nadelstärke ist angegeben, sieben bis acht. Ich habe die Bündchen mit vier und den Körper mit fünf gestrickt. Gebraucht habe ich ein und, naja, anderthalb Knäuel von der Hauptfarbe und nur ein paar Meter von dem anderen. Ich habe noch zweieinhalb Knäuel sozusagen von der Hauptfarbe und den ganzen Rest von den anderen Farben übrig. Ja. Genau. Ich glaube, das Video heute geht nicht ganz so lang. Ich habe euch, wie gesagt, nicht so viel zu zeigen. Und, ja. Werde wahrscheinlich auch ein bisschen durchrasen. Einfach wegen dem kleinen Mann neben mir. Ich weiß ja nicht, wie lange der noch. Gute Laune. Dann habe ich hier an meinen Socken, äh, Socken, an meinen Handstulpen weiter gestrickt. Da war ich das letzte Mal und das kam ran. Das müssten fünf Runden sein. Das ist die Vorderseite und die Rückseite. Das werden ja Eulenhandschuhe. Anleitung ist aus dem Buch, äh, Big Book of Knitted Mittens. Die Night Owl Socks. Ein Bild, wie die fertig aussehen, habe ich jetzt nicht dabei. Habe ich euch aber letzte Woche gezeigt. Und ich stricke das einmal aus. Das helle ist, äh, ungefärbte Lanatos Fine Merino Socks. Vierfach. Und das bunte ist ein, ja wohl Magic. Oder langen Magic, die gerade, habe ich euch alles auch schon mal gesagt. Ich habe leider die, äh, Banderole nicht mehr. Und ich habe mir das aufgeteilt in jeweils zwei Knäuel und stricke das auf. Ähm, Haia, Haia, Rundstricknadeln in, lasst mich nicht lügen, welche Stärke haben wir? In, 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 in. Drei Millimetern auf, ich glaube, einem Meter Seil. Ja. Mhm. Na, kleiner Mann, macht gute Laune. Dann mein Langzeitprojekt. Da habe ich auch ein bisschen was. Ich will ja ein, zwei Quadrate pro Woche da dran stricken. Und ich habe, ähm, zwei Quadrate dran gestrickt. Fertige. Das ist einmal das. Das ist eine Wolle von der Häkeliese. Das ist ein Rest von, äh, der lieben Tina von Elfenwolle. Und das dritte ist auf den Nadeln. Das ist ein Rest von, ähm, Knitting Fairy 1983. Und das hat sie sich selber gefärbt, ähm, zu Weihnachten. Das ist von Supergarne, eine Glitzersockenwolle. Und zwar hatte sie sich die im Knäuel gekauft, eine weiße. Dadurch hat sie diese schöne, wirklich weiße Stellen. Und nicht, äh, naturfarben oder gelb oder graustichig. Ja. Da bin ich gerade dran. Ich habe schon wieder die Quadrate nicht gezählt. Ich glaube, ich sollte nach diesem Video jetzt wirklich Quadrate zählen und mir das aufschreiben. Ich glaube, das werde ich auch machen. Ich stricke die Decke, wie gesagt, aus, äh, vierfach Sockenwollresten. Mit einer 3,0er Chiaguh-Rundstricknadel. 80 cm Seil. Das rote. Äh, nein, Drahtum, ne, Nylon-ummantelte Drahtseil. Und ja. Das ist das gute Stück bisher. Macht auch immer noch Spaß. Aber ich habe eben nicht an den anderen Projekten so viel, äh, gestrickt, weil ich unbedingt den Pullover, äh, fertig haben wollte. Und dazu kommt noch, dass mein Kleiner gerade sehr viel Aufmerksamkeit haben möchte. Nicht unbedingt, was angeht, dass man sich mit ihm groß beschäftigen soll, sondern ihn einfach nur angucken und anfeuern. Er macht nämlich seine ersten Krabbelversuche, beziehungsweise so ein Robben. Aber der Arzt, äh, bei der U-Untersuchung am Dienstag meinte, es dauert nicht mehr lange. Dann sitzt er komplett alleine und krabbelt auch alleine. Wir haben jetzt angefangen mit Kürbispüree. Da schmatzt er weg wie nichts. Ja, ja, sie werden so schnell groß. Okay. Dann kann ich euch noch einen klitzekleinen Fortschritt zeigen. Und zwar an den Januarsocken. Ich bin ja begeistert. In der Ravelry Group dazu, ähm, oder in meiner Ravelry Group, in dem, äh, Thread dazu, sind schon fertige Socken. Und die sehen richtig, richtig schick aus. Richtig genial. Ich stricke die beiden ja gleichzeitig, aber einzeln. Auf 2,25er Nadelspielen von NitPro. Und das letzte Mal war ich hier. Und das kam dazu. Es ist jetzt also nicht so viel, was dazu kam. Aber eben an beiden Socken das Gleiche und, also die gleiche Menge. Und ich finde, dann geht das auch. Dafür, dass ich ein Pullover fertig gestrickt habe. Die Sockenwolle ist eine Glitzer Sockenwolle von, ähm, Franzi, Boyzombie. Und das war die, das Halloween Special 2018. Ja, mir fällt gerade auf, ich hab noch was vergessen. Ich hol das mal ganz schnell. Ich lass das mal weiterlaufen, weil ich nicht weiß, ob dann das Mikro vielleicht auch wieder abschaltet. da bin ich wieder. Ähm, wenn ich dran denke, schneide ich das raus. Oder zumindest ein paar Sekunden raus. So. Ich habe nämlich auch an der Kindersocke weiter gestrickt. Hab die dem Kleinen mal anprobiert. Die passt, äh, soweit. Das war ja, ich war mir ja nicht ganz sicher, weil das ja diese, ähm, Shadowrap-Ferse, die hab ich ja ausprobiert. Und ohne die Zwischenreihen war ich mir jetzt nicht sicher, ob, ähm, um er die auch wirklich über den Fuß bekommt. Aber es funktioniert. Hier war ich beim letzten Mal, kurz hinter der Ferse. Und jetzt bin ich hier. Ich muss von hier bis, äh, zum Spitzenbeginn insgesamt siemeinhalb Zentimeter stricken. Und dann kommt die Spitze, die hat dann auch nochmal zweieinhalb Zentimeter. Und dann ist die Socke fertig. Dann kann ich die zweite anfangen. Ich hab gerade gesehen, die Jenny, ähm, von J. Rush Design. Nach deren Video, YouTube-Video, ich auch hier die, ähm, Shadowrap-Ferse gestrickt habe, hat mir kommentiert, dass sie ihre Ferse in dem Video auch nicht, äh, mit linken Maschen strickt, sondern auch so zurück strickt. Guck ich mir nochmal an. Ich hab'n, äh, Kopf wie ein Sieb. Ich, äh, kann mir sehr schlecht Sachen momentan merken. Ich schieb das jetzt einfach mal auf die Stilldemenz. Ich weiß nur noch nicht, worauf ich's schiebe, wenn ich irgendwann nicht mehr stille. Uh, es wackelt. Das hatte ich nämlich beim Großen auch, als schon abgestillt war und ich schon wieder arbeiten war, kurz bevor ich schwanger geworden bin, hatte ich immer noch Stilldemenz. Oder, wir nennen's mal After Stilldemenz dann. Wer weiß, wer weiß. Ähm, ja, der Kleine spielt gerade mit seinem Füchschen und der Kopf wird schwer. Er kippt langsam zur Seite. Ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Fortschritt. Und zwar nehme ich ja Teil, ähm, ähm, Elfenwolle Sockenkall, handgesponnene Socken, also Socken aus handgesponnener Wolle, so rum, wenn man schon Socken direkt spinnen könnte. Na ja, fehlt schon. Äh, auf jeden Fall, ähm, nehme ich daran teil. Und ich habe den Marker schon umgesetzt. Ich habe wirklich nur zwei Runden geschafft. Ich habe nur zwei Ründchen hier dran gestrickt. Ach, ja, einfach weil ich am Pullover gestrickt habe und auch wieder mal nicht so viel, ähm, Strickzeit hatte, was, äh, das Busfahren anging. Wir waren viel mit dem Auto unterwegs. Ich stricke das ja aus dem, äh, Agathes, äh, Kussmund. Zwei zur gleichen Zeit auf einer Rundstricknadel, wobei ich am überlegen bin, ähm, das vielleicht umzuswitchen auf Nadelspiel. Das sind 2,75er. Da müsste ich nur gucken, wo ich meine... Ja, einmal die zu einem 2,75er Paar habe ich in der Kindersocke und das andere ist noch in meiner Nadeltasche. Das heißt, wenn ich die Kindersocke fertig habe, könnte ich, äh, umswitchen auf Nadelspiele für beide. Ach, mir schlafen die Füße ein bisschen ein. Ähm, ja, aber mir tut das geschnie, ich würde total leid, das geht mir in anderen Videos ziemlich auf den Senkel und jetzt mache ich es selber so extrem. Ähm, da hatte ich auch eine Rückmeldung. Ähm, ich hatte mich ja so ein bisschen, ähm, darüber aufgeregt, ähm, Moment, ich versuche mal ganz kurz, dass mein Sohn so laut isst und trinkt und dann gab es die Rückmeldung, ob ich mich dann, äh, schon mal selber hätte trinken hören, hier bei den Podcasts. Und nein, deshalb ist jetzt nicht, dass ich hier nichts zu trinken habe. Äh, ich dachte einfach, ich nutze die Zeit, wo der kleine gute Laune hat, lieber direkt zum Aufnehmen als, äh, zum Kaffee machen. Den trinke ich dann danach. Und ja, ich, äh, hab die E-Mail auch schon mal antwortet, also sie war jetzt nicht böse oder so. Ich höre mich selber auch öfter mal beim Essen und Trinken, aber dass das so laut rüberkommt, liegt natürlich auch daran, dass ich hier das Mikro habe. Und wenn ich dann esse und trinke, ist das natürlich nochmal deutlich lauter, als das jemand hören würde, der jetzt neben mir sitzt oder ein bisschen weiter entfernt sitzt. Und nichtsdestotrotz können mich ja Sachen, die ich selber mache, auch an anderen nerven. Und mein Großer, der ist halt wirklich extrem laut. Der wäre ein guter Japaner. Da ist ja Schmatzen und das alles, äh, ein Zeichen da von, von Höflichkeit, wurde mir mal gesagt. Kleiner hat gerade das Fenster entdeckt und dass sich die Markise davor bewegt. Ja, dann sind wir mit den Projekten soweit durch, die ihr kennt. Ich habe ein neues angeschlagen. Und zwar den Moraine-Pullover von, wie sollte es anders sein, Tinkenitz. Ich stricke den in der zweitkleinsten Größe für sechs bis zwölf Monate für meinen kleinen Spatz. Und zwar mit den Restgarn vom großen Spatz. Aber ich stricke hier diese weißen Pünktchen nicht mit ein. Ich stricke die hier oben und ich stricke das. Wobei ich glaube, bei meiner Größe sind hier oben die Punkte gar nicht da. Ich stricke das und lasse hier die Punkte weg. Und ich weiß nicht, ob ich hier unten auch nochmal ein Colorwork dran mache oder nicht. Das muss ich mal gucken. Und bei dem Pullover werde ich mir jetzt dann mal die Maße nehmen von meinem Zwergelchen, damit ich da dann was war? Genau, damit ich da dann die richtigen Maße habe, denn er ist ja jetzt fünfeinhalb Monate alt und wenn ich die Größe sechs bis zwölf Monate stricke und das wieder eher nach Größe zwölf Monate wird, so wie es scheint, wird er wieder viel zu lang und deshalb nehme ich mir die Arme und Rumpflänge und kürze mir dann das ein. Das ist ja das Gute an den Anleitungen, das kann man sehr einfach machen. Hier sind nochmal Bilder und das ist sozusagen die Kindergröße. Ich habe aber nicht einen dunklen Rand oben gemacht und dann mit der Kontrastfarbe schon gestrickt. Ich habe direkt mit der Körperfarbe oder? Ich bin gerade selbst etwas verwirrt. Genau, ich habe das eher gemacht wie bei dem Großen. Der ist daneben, der braune. Ich habe das Bündchen in der Main Color gestrickt und bin jetzt soweit. das ist der Halsausschnitt und ich bin im Colorwork. Da sieht man jetzt noch nicht so viel, aber ich denke, das wird ganz, ganz cool. Ja. Und ich stricke das, wie gesagt, auch aus der Julia, aus der Zemannwolle und zwar aus diesen drei Farben. Das war ja die obere Joke-Farbe vom Großen. Das war eins von den Vierecken und das war die Hauptfarbe und das wird jetzt auch die Hauptfarbe und das die beiden Kontrastfarben. Ja. Da freue ich mich auch schon drauf. Das Muster ist natürlich ein bisschen anspruchsvoller beim Stricken, beim Einstricken als das andere vom anderen Pullover. Hast du dich verschluckt? Ich habe sozusagen das, was hier weiß ist, ist bei mir grau. Das dunklere braun ist bei mir das dunkle grün und das, was da so orange-braun ist, ist bei mir das blau. Ja. wird aber ein bisschen anders aussehen vom Yoke, weil bei den kleinen Pattern fehlen die Pünktchen oben. Je größer es wird, desto mehr Punkte sozusagen erscheinen da oben noch. Ja. strickt sich wie immer gut. Nur, wie schon gesagt, die größte von den Längenangaben her, das wäre dann wieder ein Kleidchen. würde auch schön aussehen, aber ich habe ja keine Tochter und ja, von daher muss das ja nicht sein, dass ich Kleidchen stricke. Würde sich wahrscheinlich auch der ein oder andere Abnehmer finden, aber ich will das ja fertig kriegen, eigentlich bis nächste Woche, Samstag. Da sind wir nämlich zum Geburtstag eingeladen, bei einer Freundin, die auch total auf so selbstgestricktes und selbstgehekeltes steht und da würde ich gerne, dass die beiden Jungs ihre Pullover anhaben oder zumindest mein großer sein Pullover und bei dem kleinen mal gucken, ob ich den Pullover fertig habe, ob er passt oder ob er vielleicht den Claycott Cardigan anzieht. Müssen wir mal schauen. Ich kann mich jetzt auch besser auf das Muster konzentrieren, weil ich mit meiner Netflix-Serie durch bin. Ich habe ja für mich zwei neue Serien entdeckt. Fantasy-Serien und eine geht um die Kinder von Sirenen Tidelines und die andere heißt Diablero und spielt in Mexico City und da geht es um Dämonenjäger und das ist richtig cool. Also ich finde beide cool, aber die in Mexiko spielt nochmal mehr, weil ich war da ja für ein paar Monate und habe dort gelebt und gearbeitet und einfach die Stadt zu sehen wieder und die Orte dort, wenn man in der Straße war ich schon mal und da das Gebäude kenne ich und der große Kreisverkehr und wenn man da in die andere Richtung geht, dann kommt der Bosque de Chepot der Peck und wenn man da lang geht, kommt das Amtsgebäude vom Restricto Federal und es ist einfach richtig klasse. Also das ist was, was ich so ein bisschen bereue, dass ich nicht, als ich noch keine Kinder hatte, sozusagen ungebunden war, nicht nochmal für ein, zwei Jahre da gelebt habe. Also für immer leben und Kinder großziehen wäre mir die Stadt jetzt nichts oder das ganze Land, sagen wir mal. Da ist man in Deutschland dann doch deutlich besser aufgehoben. Aber wenn man jung und ungebunden ist, ist es richtig, richtig cool da. Vor allem in der Sonarasa, da kann man richtig gut einkaufen gehen und sich piercen lassen. Ja, das waren sozusagen die gestrickten Dinge. Dann kann ich euch noch ein bisschen was Neues zeigen, was eingezogen ist. Eins kann ich euch nicht zeigen, das hängt im Wohnzimmer am Tisch und zwar einen neuen Wollwickler. Ich habe gestern das erste Knäuel damit gewickelt und bin so semi begeistert, weil der große, den ich mir auf Empfehlung von vielen gekauft habe, der macht keine schönen Knäuel. Mein Alter, der im Garten ist, der macht naja Knäuel mittlerweile. Früher hat der super gemacht und der neue jetzt muss ich wahrscheinlich mit der Fadenspannung mal gucken, der wickelt halt ein Und dann ist eingezogen, es kam an Wild Mittens and Unruly Socks von Lumi Kamitaza Kamitza Ja Hihi Und ich freue mich so Alleine diese Socken springen mich ja total an oder diese Handschuhe gekauft habe ich diesen Socken da hatte mich nämlich Michelle von Wolfhötchen auf einem Instagram Bild verlinkt um mir die zu zeigen und ich habe mich verliebt und nach langen Suchen auch endlich erfahren Als wir dann mal die Posterin also die die Socken gepostet hat gefragt haben wo die Anleitung her ist habe ich sie dann auch gefunden und ja ich freue mich total und ich werde mal gucken wann ich die Zeit habe die zu stricken wahrscheinlich eher gegen Ende des Jahres ja ansonsten habe ich weiter keine Pläne heute um 16 Uhr oder ab 16 Uhr ist wieder das Handarbeitstreffen im Galeria Kaufhof im Diné Restaurant am Alex auf dem Alexanderplatz hier in Berlin wir sitzen rechts an der Fensterfront mit Blick auf den Bahnhof jeder der kommen möchte ist herzlich willkommen ich glaube wir sind heute eine ganz kleine Runde also immer gerne kommen der Kaffee ist lecker der Kuchen schmeckt gut ja ansonsten Strickpläne habe ich jetzt für die nächste Woche nicht außer das was jetzt angeschlagen ist ich werde wohl nichts Neues anschlagen ab Februar stricke ich ja zusammen mit Andrea von Knitting Fairy 1983 den Sunset Highway und ja ich habe ein Schnittmuster noch liegen ich will noch eine Hose nähen eigentlich für den kleinen Spatz und ich warte ungeduldig dass es klingelt denn ich habe mir einen großen E-Spinner bestellt nach langem hin und her habe ich mich für den Ashford E-Spinner 3 entschieden das neueste Modell und ich freue mich schon deshalb habe ich jetzt auch nichts gesponnenes weil ich warte bis der da ist ja eine kurze knappe etwas durchgerauschte Folge dieses Mal aber muss es auch mal geben beim nächsten Mal lasse ich mir wieder ein bisschen mehr Zeit habe dann auch mein Käffchen oder einen Tee hier der Kleine hat sich jetzt mittlerweile einmal komplett gedreht und liegt mit dem Kopf zu mir und freut sich seines Lebens und ja wir sehen uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder es sei denn ich habe dann noch weniger geschafft als jetzt weil ich habe nächste Woche ein paar Termine dann sehen wir uns erst übernächste Woche wieder ja in diesem Sinne ich wünsche euch eine schöne Restwoche ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns nächste oder übernächste Woche wieder ciao